dass ich mein handy immer nur auf äh habe so wann es los geht jetzt und hallo alex und 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 Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrruf-Behälter schützen. Die Drohne der Gegner hat viele Gefahrgutbehälter so qualifiziert. Wer hat mich gerade abgeschossen? Weiß ich nicht. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner hat den Gefahrgutbehälter so qualifiziert. Wer ist hier alles deutsch, 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 deutsch. Keiner. Die Drohne hat gespawnt. Da, die Drohne gespawnt. Da ist ein Ash. Edge. Grab Club. Über mir auf dem Dach. Oben beim Geräteraum. Alle sehr vorsichtig, die sind oben auf dem Dach. Mobilschuss errichtet! Die Drohne der Gegner. Die Drohne der Gegner. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters abhalten. Habe ich den jetzt? Ja, sie stirbt nicht! Ist dein Ernst, ja. Ja, ich hab's selbst bei mir in meiner Klickhand gesehen. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Klar, alle schießt nach mir. Ich hab's da keine Chance. Äh, jo Alex, haben die viel Spaß am Zaunarzt. Ja, Zaunarzt. Zaunarzt ist doch schön. Wenn ja schonmal die weite Zähne rausgezogen sind, dann ist es nicht so schön. Ich hab's da weg. Ich hab's da weg. Ich hab's da weg. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Gut gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ja. Yeah, Frost. Frosten sie auf. Nein! Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Let me fuse, man. D frei. Äh, ja. Oh, hier ist schon der Raum. Hier ist ne Frostfalle. Also aufpassen. Äh, hinter dem Schild ist einer. Da wo Katze ist. Ähm. Du bist, du bist Asch, ne? Ja, du könntest da rein. Hier sind zwei. Nein. Ich weiß nicht, dein Mikro ist zu sensibel. Nein. Du brauchst nicht nur dein Mikro richtig einzustellen. Das hat nichts damit zu tun, dass du leiser reden kannst oder lauter. Sondern einfach nur dein Mikro richtig einzustellen. Und natürlich. Den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Sicherung des Behälters einstellen. Feindliche Antiquette. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Nur noch ein Fliege läuft. Okay. Okay. Gute Arbeit. Der Bio-Behälter ist gesichert. Juthofer habe ich schon gesehen. Vincent und um... Peace. ... Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Spittergranate. Zehn Sekunden noch. Noch fünf Sekunden. Eingang abgesperrt! Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Noch eine Drohne irgendwo. Ich habe die Wand verstärkt! Sind oben auf dem Dach. Einmal Fuse. Auf dem Dach. Das geht hier oben ein. Sofort verlassen. Zwei Stück auf jeden Fall oben. Da vom anderen Rekrut. Kann er oben her in der Wand? Okay. Flatsch nach oben auf dem Dach. Flatsch Treppe. Fuse Treppe. Fuse kommt runter. Wie hier? Ja. Drop ist offen. Warte, warte. Warte, warte. Übermütig werden. Flatsch Treppe. Ich hab nix gewählt. Aaaaah. Wirka. Warte oben. Treppe, kommt gerade von der VT Da oben Kommt Wieder oben im Raum drinnen, über den Dropper Kommt wieder Treppe So haben wir über Billard ... ... ... ... ist unten ein gegner verbleibt ich glaube es war auch oben irgendwo hat man gehört so 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 Ich bin erst mal aufgehört. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren. Ähm... Ne, im selben rum sind wir nicht. Unten wird, ich guck oben. Wir sind unten. Ja. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Ich misch nie. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Bitte mit meiner Cam nicht markieren. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sicher. Oh, dann müssen wir in die Küche. Ich lade mein Magazin! Ich lade mein Magazin! Ich lade mein Magazin! Ich lade mein Magazin mit äh... Selbst neid. Ich habe einen Bio-Gefahrgut-Behälter. Ich bin leer! Ich lade mein Magazin mit der Garage. Schnell! Streu-Sprengsatz einsatzbereit! Streu-Sprengsatz aktiviert! Fröhnen! Schläge nicht mit den Flöten, weil die Flöten wiederkommt! Jungs! Ich suche nach Elektronen... Ich mach auf, ich mach auf. Da war noch einer. Pass auf, Guerrero ist da unten. Den Behälter sichern, ein Gegner verbleibt. Ich selber noch, weil ich nebenbei auch auf den Chat gucke. Eine wunderschöne Fälle. Es sei denn, wir könnten ihn noch einladen. Nein. Dann können wir auch machen. Ja? Kannst du ihn oder soll ich ihn einladen? Musst du einladen, ich hab ihn nicht. Okay, ich lad ihn ein. Dann wäre aber trotzdem schön, wenn du dein Mikro ein bisschen einstellen könntest. Weil man hört bei dir jedes Atmen, jedes Tastenklicken, jedes Mausklicken, alles. Wie macht man das? Warte, ich guck mal. Einstellen. Katze. Dein Stream. Deine Arbeit. Ähm. Jetzt Einstellungen. Mhm. Mal gucken wo das war. Dann gehst du auf Aufnahme. Weiter. Dann hast du da wahrscheinlich die Sparaktivierung drin und den Pegel höher setzen. Also in den Plusbereich. Auf Null? Okay. Mach einfach mal einen Test starten. Ähm. Du gehst dann auch zuerst starten und je nachdem, äh, dass du die Geräusche nicht mehr hörst, da hast du das nicht gemacht. Und brauche ich zuerst starten und Capcom oder endlich sch Auto pack mich dir hin? Wie. Was hast du gemacht? Ja, habe ich. Gut, man hat deine Situation mich nicht gehört. Sag mal, so hat Timo auch, äh... Warte mal, warte mal, warte mal. Wer mir jetzt folgt. Okay. Okay. Sag mal, so hat Timo auch, äh, die Arme-Speak. Sag mal. Genau, was soll schon gehen, ne? Nicht viel. Nicht viel. Sag mal, so hat Timo auch, äh, die Arme-Speak. Der User wurde zu deinem Kanal gewechselt. dann nachher nochmal ein streamen wenn nicht dann morgen über morgen je nachdem anwesend alle aus ja auch anwesend einen wunderschönen julian ein ab an 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020